Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute, meine lieben Freunde, der Solo Cash Cup. Und ihr wisst ja, wie das Prinzip läuft. Es ist das erste Event in 2024, deswegen herzlich willkommen zur Viewing Party. Gerne den Creator Code auch mal eintragen, gerne meine 1v1 Map spielen, Abfahrt. Und das Prinzip, erstmal spielen wir Opens, da qualifizieren sich die Top 11.500 Solos. Und dann hat jeder von den 3 Runden Zeit. Jede Runde, wenn du einen Sieg holst, gibt 100$. Safe in the cash, komme was wolle. Das heißt, wir sehen hier mindestens über 200-300 Leute, die hier mindestens 100$ mitnehmen. Was sehr, sehr geil ist. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit den Highlights. 100Mats, 80Mats von hinten gesprayt und tot. Ich will nicht her gucken, Zapp. Ich will nicht her gucken. Ich will nicht her gucken. Das ist das Problem, alle können jetzt nur 7.000 Boxer machen. Mungrel hat Millionen, aber kein gutes Mic. Das stimmt eigentlich, ne? Amar, wie geht's dir heute Abend? Mir geht's sehr, sehr gut. Dankeschön. Ich hab heute den ganzen Tag Meetings gehabt und so, aber... Lief alles sehr gut. War sehr nice. Wie geht's euch heute Abend, Chat? Mein einziger Chat, wenn's euch gut geht. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, Ultramat wegen dem Cup. Oder wegen des Cups. Legend, mein Schatz, danke für den 41. Bro. Oh mein Gott, den hat er so geklippt. Ach du Scheiße. Er hat den sehr geil geklippt. Jetzt Mad Kid mitnehmen. Ja, wie nervig. Jetzt, jetzt muss er ihn holen. Oh mein Gott, wie dumm. Er muss doch komplett Shotgun nachladen. Ich hätt mir das Rad Kid von den Goldchat. Also, jo. Macht eigentlich am meisten Sinn. Oh, nice. Bären? Bären! Oh mein Gott. Bro, I'm dead, bro. I can't lie. I'm dead. Nothing. Alright, I had the Overs there. Er hat doch alles. Er hat komplett Cap-Mats. Jumping, running, snipes. Jumping, running, snipes. That's just what it is, man. Now it's over. Sweet, bro. Und nochmal. Komm, nochmal. Ich will nicht hingucken. Ich hasse Sniper. Ich hab's gedacht. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Chat. Ich hab's gewusst. Ne, na? Fuck out, Digga. So geil von mir, Chat. Junge, bitte. Man, der hat 41 Punkte. Ist drunter? Woah. Er wird gesniped. Nein. Ich geh pissen. Nein, Chat, ich bin noch nicht umgezogen. Noch nicht, noch nicht. Zeig's mir. Meine süchtige Geschäftspartner. Jawoll. Geil, geil. Oh, er hat 15 Kills. Digga, er hat bis jetzt die meisten Kills von allen. Nice. Ja, warte mal. Seit wann sind die Bouncepads in... Oh, er ist 3 HP. 97 Whites. Haha, er läuft einfach in die Pickaxe rein. Geil, feier ich. Because I give you all of me. Nice. Favourite Song. This guy's been fucked in the line. This guy's been fucked in the line. Favourite Song. Was meinst du mit mir mit Vorspielen? Wenn ich meinen Lieblingssong hören möchte, dann höre ich ihn auf Spotify. Okay, all-time Lieblingssong ever. All-time, all-time favorite Song ever. Wäre so ACDC Thunderstruck, würde ich jetzt mal sagen, sowas. Aber jetzt aktuell Lieblingssong ist der neue Song von Luciano. So, und zwar... Boah, wie heiß der überhaupt? Beverly Hills Freestyle. Genau. Das sind so die zwei, wo ich sagen würde, das sind meine zwei aktuellster Favourite Song und ever-favourite Song. Boah. Das würde ich jetzt sagen. Lieblingssong und weiß nicht, wie er heißt, wild. Boah. Ich könnte dir nicht sagen, wie meine Schwester heißt. Ich kann mir keinen Namen merken. Jetzt mal real talk. What the fuck is happening now? Time ist auch krass. Ja, stimmt. Okay, das stimmt. Dann bin ich in 20 Minuten wieder da. Ja, okay. Ich bin gespannt. Ist das so ein Denergy-Ding oder was? Dann machst du jetzt selber so auf Produktion-Basis. Aber zeig mal her jetzt. Mr. Savage. Der Süchtige. Der wurde die ganze Zeit richtig genervt. Aber er hat schon eine 20-Bomb-Jet. Er hat schon eine 20-Bomb-Jet. Julian, danke für den achten Monat. Meine Oma ist heute Morgen gestorben und dein Stream lenkt mich ab. Danke dir. Oh, Bruder. Das tut mir extrem leid. Rest in Peace. Mein Bruder hat's. Irgendwas macht Mr. Savage gerade. Ich gucke gerade Dings. Solo Cash Cup. Solo Cash Cup. Ja, Chad, sag mal Hallo. Was geht ab? Was geht? Was geht? Hi, Chad. Digga, als ob jetzt. Was machst du denn hier? Ich muss Schlüssel zurück. Ich bin bei Redi gestreamt. Echt jetzt? Ja. Wie cool. Hab gekracht, sei ehrlich. Internet ist scheiße, ne? Ne, geht. Ehrlich jetzt? Ja, ich hab eh nur Minecraft gespielt. Okay, aber in Köln ist es ganz strech, was Dings angeht. Was Verbindung angeht? So, Abu und Eldos. Ehrlich jetzt. Ja, ja. Achso, Islam. Kennst du den Kronen, den 8-Jährigen? Ja, ja. Und das war mit Eli, ne? Der hat einen Kampf jetzt. Alter, was macht ihr da? Das ist ein 9-Jähriger. Der geht 6-mal die Woche zum Training. Boah, er ist trotzdem 9 Jahre alt. Der wird den packen. Natürlich wird er ihn packen. Eldos sieht aus wie ein 9-Jähriger. Ja, ist ja auch Gewichtskast und so. Deswegen wird er den packen und bald gibt es Boxkampfe. Eldos gegen Islam. Ja. Boah, Islam macht den platt. Also, er macht den nicht platt. Er ist immer noch 8, ne? Er könnte auch Neugeborener sein. Neugeborener macht Eldos platt. Was? Alter, das ist gestört. Also, Eldos ist nichts... Neugeborener ist crazy. Boah, also Eldos ist schon verrückt. Meinst ab, Wetter? Ne, jetzt holt es. Oh! Er muss halt seinen Juice usen. Er ist tot. Er hat nicht mal die Mets aufgehoben. Ach du Sche... Er ist nur in die Zone gelaufen und hat die Mets nicht aufgehoben. Oh! Er ist bekannt für solche Momente. Ja? Ja, 9 HP? Genau diese Momente, Chat! Mungral! Im Low Blond! Er macht aufs Tod. Oh mein Gott! What do we want? Nein! 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 Er muss der beste Spieler gerade sein. Digga, er verarscht den Geg... Oh mein Gott! Wie krank! Hat er ernst krass gemacht? Er hat wirklich sehr, sehr krass gespielt, Chat. Also, Real Talk, sehr, sehr krass gespielt. No meds. Können halt beide, glaube ich, kein Englisch, ne? Nice. Ah, ne, doch nicht. Wie gut kann. Stell dir mal vor, deine Freundin coacht dich einfach für den Cup. Nice. Nice. Nice! Moment. Oh, schade. Nice. Nice. Let's go! What? Back to back! The best! The best! Let's fucking go! Oh my God! I told you! Oh my God! The best! I'm so proud! You're so good! You're so fucking good! W's in the chat! Let's go! Digga, er wird einfach von seiner Freundin gecoacht. Also, wirklich! Selbst schuld, Digga! Kannst du meine Mutter Ulrike grüßen? Ja, klar. Was geht, Ulrike? Du geile Sau. Nächste Woche Freitag ist FNCS, ja, bro. Was? So eine Baddy-Chat. Keine Mets mehr. Doch, 70 Mets hat er noch, warte, die all. Maxime, danke für den 32. Bro. 37. 37 Bills. Das ist ja richtig, wo wir dich hier landen und wissen, dass es viel mehr gibt. Bruder, wo es rauf geht. Schön. Schön! Oh nein. Oh nein. Oh, war der all. Er muss jetzt mehr Tritt mitnehmen, eigentlich. Also, Digga, so eine Reaktionszeit. Ist halt schon geistesgestört, Shit. Schön. Schön war der all. Er hat jetzt halt schon viel Zone getankt. Das ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, es ist ein Net-Kip-Player. Oh mein Gott. Top 3, Shit. Er schafft es nicht. Der eine wird jetzt unterspringen und ihm einen Mann pumpen. Hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Oh mein Gott, er schafft er nicht. GGs. GGs, GGs, GGs. Das ist auch okay. Nicer Try, Mann. Zweiter Platz ist auch okay. Omega Lull. Ob du das wusstest, aber es gibt drei Speed-Test-Seiten, die von Vodafone mit aufgekauft wurden sind, wo sie... Der, aber nicht der. Ich traue dich mal. Oh klar. Genau die wurden gekauft. Doch. Die und die Google-Suche. Ja, aber es ist... Vodafone tot. Was soll ich machen? Sagen wir jetzt einen Lösungsvorschlag? Ne, es gibt keinen Lösungsvorschlag. Ich wollte... Kannst du mir bohren? Ich, 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 ich wollte... 50 Kg hat mir sowas. Ich wollte nur einmal mit dir lachen. Aber es liegt natürlich auch am Wetter. Nein, nein, es liegt an Vodafone only. Trust. Okay, eine Frage. Ja. Ich hatte das... So sieht es aus, wenn man zu gut ist. In Lahnkabel steckt ein Lahnkabel. Ja. Aber das andere Stück steckt halt nicht im Router. Und ich habe so D-Funk. Gibt es vielleicht auch noch? Nein, jetzt eher. Das ist Tobi. Das ist geil. Was ist D-Funk? Mach das Kabel ab. Nein, ich mache noch eine Sonne. Chat erklärt es ihm mal. Hat sie Insta? Ja, Mods. Macht mal hier Insta rein. Cardi, yeser. Er weiß genau, was er machen muss gegen mich. Er ist halt ein Pro, gegen den er spielt wahrscheinlich. Ist das doof? Oh, er ist fully... Oh, er ist fully pießt. Oh, schön. Oh, ho, ho, ho. Genau das lernt ihr WK1 über uns. Genau das. Ein Fehler, ich panisch ihn direkt weg. Chat, würdet ihr sagen, Cardi ist eine Baddie? Hör auf. Oder not. E-Walk, hallo. Digga, dieses Hör auf. Das habe ich gerade wirklich gefühlt. Chase, ich bin die ganze Map, bro. Hör auf. Nee, du bist da. Toni Kroos. Auch mal auf dem Zweit-Account ein Prime da lassen. Oha. Sprühwurst, Digga. Vielen, vielen Dank, Brudi. Vielen, vielen Dank. Also Real Talk, das ist sehr, sehr korrekt. Also, wenn die Non-Subs sind, der verstehe ich nicht, was ich schreibe. Das ist ein, wenn er... Oh, fuck. 10 Subs. Wenn er 15 Kills macht, kriegt er 5 Subs von jemandem, meint er. Ah, okay. Sieht aber gerade nicht so gut danach aus. Er sieht nach 110 HP aus. 12 Kills. Digga, er hat... Warte mal. Er hat 3 Medaillen. Und 6 Med-Kids. Ja, das muss der Sieg sein eigentlich. Ja, das müsste eigentlich jetzt ein Sieg sein, Chad. Wäre der immer noch nervös, wenn ich... Oh. Nö? Oho, der wurde gepiest. Schöner 75er. Der war nice. Der Edit... Den Edit... Den Reason dort gerade getaket hat, Chad. Der war wirklich sehr, sehr gut. Muss man schon sagen. Weil der Gegner konnte nämlich nur seinen Oberkörper treffen. Und seinen Kopf. Und das war richtig gut für Risen. Schön. Zeig ihm, wer der Knecht ist. Äh, der Hengst ist. Nein. Pff. Das war's. That's a GG, I guess. Oh mein Gott. Das ist der Refresh. GG. Ja, und jetzt ist GG. Ja. Das ist ein Free Win. Wenn hier jetzt keiner double-kid, ist das ein Free Win. Geistesgestellter Refresh. Und noch einer. Und noch einer. Jawohl. 160 Mads. Nice. Noch mehr Mads. Noch mehr Mad-Kids. Schön. Nein. Schön. Er hat zwei Ticks von der Zone bekommen. Nicht so gut. Das ist 1v1, Chad. 16 Kills. 1v1, 16 Kills, Chad. Boah. Ich hab schon mal was vorbereitet. Nicer Try, Mann. Zweiter Platz ist auch okay. Ohne. Digga. Will das alles spammen. Wenn er zweiter Platz wird. Digga. Digga, der Gegner hat auch alles. Oh mein Gott. Naja. Digga! No! Ich hab's gerade reingestampft. Fucking go, baby! Warte, warte. Oh shit, was hab ich gemacht? Ey, was hab ich gemacht? Viel zu gut. Hier, Ws mach ich dann. Oh, mäßig. Hier, zack. Ws. Ws, Chad. Ja, ja, ja. Voll cool. Heute bist ein altes Champion. Ich bin voll cool. Ja, ja, voll cool, Chad. Ja, ja. Ich wusste, dass er den Sieg holt. Ja, mein Sohn. Chad, ich muss jetzt auf. Ich wünsche euch allen einen wunder, wunder, wundervollen Abend. Wir sehen uns morgen. Spätestens 15 Uhr. Inschallah. Ich hoffe, ich hab keinen Stau morgen. Und doch. Ich seh alles nur in Farben. Nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times. Hard Times.